So, ein Problem, ui. Das sieht gar nicht gut aus beim Schiedsrichterassistenten. Der braucht dringend ärztliche Behandlung. Ja, da fliegt, Sie sehen es von ganz oben, ein Becher, der noch gut gefühlt ist und der trifft den Schiedsrichterassistenten genau am Kopf. Also das wird nicht nur ein grottenschlechtes Ergebnis für Sturm, das wird auch noch eine Frage. Ja, da fliegt, Sie sehen es von ganz oben, ein Becher, der noch Teamchef Franco Foda, auch Zuschauer im Stadion, die langjährigen Herren von Sturm, denen wird das heute auch nicht gefallen, was die Mannschaft bietet. Das waren damals, als sie noch als Spieler aktiv waren, international deutlich.